Willkommen in der Türkei! Ich bin jetzt hier alleine. Der Dani hat sich an den Lastwagen angehängt. Der war mir aber zu schnell. Und die fahren so nah an der Seite. Da kann ich mich gar nicht richtig anhängen. Ja, seitdem kam auch nicht mehr wirklich was. Also fahre ich unter den Berg drauf. Dauert ein bisschen, bis ich den Dani wieder sehe. Aber ist okay. Ist okay. Ost-Anatolien ist eins der sieben geografischen Gebiete der Türkei. Mit 163.000 Quadratkilometern ist es auch das größte von allen. Hier kommt es zu Höchsttemperaturen von bis zu 47 Grad. Aber auch zu Tiefstemperaturen von bis zu minus 40 Grad. Da ziehen wir den Sommer zum Radeln eindeutig vor. Obwohl, in dieser endlosen Weite einen Schattenplatz zu finden ist gar nicht mal so einfach. Innerhalb von zwei oder drei Kurven 300 Höhenmeter. Ja, wir sind oben. Und hier geht es immer noch bergauf. Der Schein trügt. Es geht nicht geradeaus oder runter. Nein, es geht bergauf. Aber hier sieht es echt cool aus. Aber es ist unglaublich heiß. Und ich freue mich aufs Mittagessen. Ich habe so Hunger. Und ich hoffe, dass jetzt gleich irgendwo ein Schattenplatz kommt. Wir haben es geschafft. Wir haben den einzigen Baum gefunden hier. Nein, stimmt nicht. Das ist der zweite Baum. Der erste Baum, der war belagert von Hunden, die der Polizei gehörten. Was gibt es bei uns zum Essen? Ihr kennt es schon. Das übliche Hals. Tomaten mit Olivenöl. Es gibt keine Stingster Pizza. Wie heißt das? Nein, es gibt keine Cheesy Crust. Es war ja auch nur in meinen Träumen. Und hier Simit mag ich sehr gerne. Und als Nachtisch ein paar türkische Gummibärchen. Da freue ich mich noch. Ach, haben wir noch was vom Dünndarm? Ja. Den gibt es auch noch. Dünndarm. Ja. Ah, und ganz gut. Haut genauso rein wie Olivenöl. Horma, also Datteln. Datteln sind super, gut und spenden Energie. Also toll zum Fahrradfahren. Rechts von Ost-Anatolien verläuft die Grenze zu Armenien und weit am Norden zu Georgien, wo wir auch gerade hinwollen. Zuerst müssen wir dafür jedoch weiter in den Norden fahren, an die Schwarzmeerküste. Leider können wir nicht direkt von der Türkei nach Armenien fahren, weil diese Grenzen geschlossen sind. So, Leute, sieht das aus, wenn wir uns an einem Bulldog oder einem Lkw hängen. Sieht einfach aus, ist es aber nicht. Man muss sich unheimlich anstrengen, sich festklammern, gleichzeitig fest im Sattel sitzen, sodass man nicht vorne über den Lenker gezogen wird und dann noch irgendwie das Rad gut in der Spur halten. Heute sind wir hier neben so einem alten Tanklaster. Das ist eine Art Friedhof für altes Autozeug geraffelt. Wir sind wieder unterwegs. Und wir haben schon wieder fleißig ein paar Höhenmeter gerannt. Und zwar von da unten. Und ich hoffe, wenn man sieht, uns umkreisen tausende kleine Fliegen. Und das ist super nervig. Und die wird man erst los, wenn der Wind geht oder wenn man schneller fährt. Also bis wir da oben an der Bergspitze sind, haben wir nette Gesellschaft. Ja, geschah! Wir haben jetzt wieder dahin gelegt, weil wir Angst haben, dass der Wind hier oben wird und dass dann irgendwas kaputt geht. Deswegen liegen wir jetzt auf der Seite. Wir haben jetzt seit zwei Tagen hier verbracht. Morgen fahren wir weiter. Ganz viel gearbeitet. Und zwar an unserem neuen Projekt, dem Podcast-Projekt mit dem Chris. Es macht echt viel Spaß, aber Leute, da braucht einem ganz schön der Kopf, wenn man sich da eineinhalb Stunden unterhält. Weil ungefähr eineinhalb Stunden Aufnahmezeit, wo dann ungefähr so eine Stunde 15 bei rauskommt, was dann weggeschnitten wird. Und ja, mein Kopf hört zu ungefähr 100 Grad gefühlt. Und man ist dann schon ganz schön geschlaucht, wenn man da rauskommt. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr auch da echt drauf gespannt sein. Wahrscheinlich, wenn das die Türo hier rauskommt, ist der Podcast schon längst raus. Aber hört einfach mal rein. Sucht mal überall, wo es Podcast gibt, nach der Radreise-Podcast mit 2WheelTravel und Vegabond. Das wird eine richtig spannende Angelegenheit. Ja, grüßt euch. Ich habe es euch ja schon erzählt jetzt. Wir haben ganz viel gearbeitet und ein neues Projekt. Jetzt sind wir aber heute morgen wieder los. Wir sind jetzt mittlerweile in Childir und haben versucht herauszufinden, ob wir bei Aktasch über die Grenze können. Geht aber allerdings nicht. Jetzt haben sie das offiziell hier bestätigt. Die Polizei hat da angerufen. Super freundlich. Aber es ist halt leider geschlossen für Touristen. Also alle Touris, egal ob wir Ikamet haben oder nicht, müssen nach Sarpi oder Sarpe. Das ist ganz unten am Schwarzen Meer. Sarpa. Und dort über die Grenze. Das heißt, wir heizen weiter fröhlich durchs Gebirge, bis wir irgendwann da sind. Oh, mein Gott. Super Mini. Also die Berge, die wir jetzt hier vor Dugubeyazid alles gemacht haben, das sind ja immer noch in den Beinen. Und aus diesem Grund wollten wir eigentlich eine Grenze nehmen, die jetzt relativ nah ist hier noch. Und zwar Aktasch. Aktasch ist aber zu, habe ich ja vorhin schon erzählt. Das haben die Polizei auch gesagt. Ja, dann wollten wir die nächste Grenze nehmen. Türkgöcü. Ist aber auch zu. Das bedeutet für uns 300 extra Kilometer mit 3.500 extra Höhenmetern. Bis dann plötzlich jemanden angehalten hat, den wir gar nicht angehalten haben. Ein junger Kerl, 32 Jahre alt. Und der musste zum Zahnarztchen nach Ardahan. 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 Und ja. So lustig wie es für ihn war, war es auch für uns. Weil aus seiner Perspektive, er fährt zu einem total unbeliebten Termin. Der musste zum Zahnarzt, was überhaupt keinen Bock dazu hat. Und dann gabelte auch noch zwei verrückte Fahrräder. Genau. Und ja, genau. Jetzt hat er gesagt, komm, wir nehmen euch mit. Und sein Auto war nicht groß. Wirklich nicht. Aber wir haben es trotzdem geschafft, alles da reinzukriegen. Und am Schluss hat er uns gefragt, ob wir Hunger haben. Wir so, nee, wir haben gerade gegessen. Ja, ich habe Hunger. Und wir so, ja, okay, wir haben Hunger. Dann wollten wir ihn einladen. Dann hat er gesagt, nein, nein, nein. Das hier ist euer Packet, euer Lunchpaket für WIC. Und er hat nichts gegessen, nichts. Nein. Wir dachten ja, wir gehen jetzt zusammen essen. Deswegen wollten wir ihn einladen. Genau. Er muss ja zum Zahnarzt. Und dann wollte ich bezahlen und so. Und er switcht an mir vorbei, zieht die Kreditkarte drüber und sagt, nein. Und ich so, wo? Was ist los da oben? Imugu-Kühe blockieren den ganzen Traffic und wir machen hier Schluss heute. Ich hoffe, man hört es. Aber es hagelt. Und zwar richtig. Schau mal her. Oh, was ist das? Boah, ist das krass. Na, guck mal her. Ja, Wahnsinn. Siehst du das? Das ist ja krass. Das ist so ein riesiger Hagelkörner. Ja. Und das ist ja seltsam. Aua. Ja. Schon seltsam, mitten im Sommer. Wahnsinn. Ich war ja noch nie in Georgien und Melli auch nicht. Aber so, wie das da hinten aussieht, so stellen wir uns Georgien vor. Oh, wow, Leute. Ihr könnt gespannt sein. Und wir natürlich auch. Und wenn ihr die Videos seht, dann sind wir schon längst in Georgien. Ja, es ist nämlich gar nicht so leicht für uns, immer so on the go hier Videos zu basteln. Macht schon super viel Spaß. Aber je nachdem, umso weiter wir wegkommen von Europa und umso schwieriger wird es für uns einen Arbeitsplatz zu finden. Das heißt, wir müssen für unseren Arbeitsplatz bezahlen. Und ja, das schränkt wiederum die Möglichkeit ein, zu reisen. Und aber, weil nämlich jeden Euro, den wir ausgeben für eine Unterkunft, um Videos zu schneiden, der fehlt uns wiederum, um länger unterwegs zu sein. Und wir wollen ja eigentlich ganz viel weit reisen und im Zelt wohnen. Und im Zelt kann man aber nunmehr nicht arbeiten. Also ja, wenn man mehr Videos macht, muss man mehr Geld für Unterkunft ausgeben. Und dann, ja, fehlt es an anderer Stelle. Deswegen haben wir ein bisschen da Probleme, die Balance zu finden. Und wenn ihr da unterstützen wollt und mehr Videos sehen, dann würden wir uns da mega freuen, wenn ihr vorbeischaut. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit für einen Dauerauftrag. Da könnt ihr auch einfach ein, zwei, drei Euro im Monat oder sowas überweisen. Und wenn da viele Leute mitmachen, dann bietet es schon mal die Möglichkeit, eben für uns eine Grundlage irgendwo ein Hostel zu gehen und dort eben Videos für euch zu schneiden. Aber ja, jetzt genug von dem Gefasel. Schaut einfach mal in der Videobeschreibung. Da gibt es die ganzen Erklärungen, wie das alles geht und vor allen Dingen, was ihr auch dafür bekommt. Weil ihr geht ja wahrscheinlich auch nicht leer aus. 350 Kilometer extra Umweg. Boah. Tschüss Artwin, ab in den Tunnel. Boah Leute, das ist der pure Stress. Das ist grauenvoll. Die Luft ist schlecht, es ist saulaut und super gefährlich. Auf ein neues. So, hier ist Schluss heute. Wir sind mitten in so einer Stadt. Da hinten brüllt auch schon der Muezzin. Da sind noch Häuser und so und wir sind jetzt irgendwo am Wegesrand entlang gefahren. Und im Vorgarten von so einem Haus. Ja, das ist halt jetzt so. Oben ist das Haus irgendwie ein bisschen am Arsch. Unten könnte noch jemand wohnen, wir wissen es aber nicht. Aber es ist auch einfach viel zu viel Stress jetzt da weiter zu suchen, weil wir sind in der Stadt, da gibt es nichts. Wir sind auf der Schwarzmeerseite. Jetzt geht es runter nach Hoppa. Und dann nix hier auf nach Georgien. Hoppa. Hoppa. Die Melli singt Hoppa, Hoppa, Alter. Da kommt es gleich. Jetzt kann man es sehen. Karadeniz, Leute. Das Schwarze Meer. Da ist es. Nicht zu fassen. Von Deutschland. Bis hierher. Neun Monate durch die Türkei. Wir sind in Hoppa. Und ein Fact zu Hoppa. Man darf sonntags nicht krank werden oder sich irgendwas wehtun, weil... Hoppa hat am Sonntag das Krankenhaus zu. Super, oder? Und wenn irgendwas passiert, muss man ins 100 Kilometer entfernte irgendwo anders Krankenhaus. Und ja, das bedeutet für uns im Umkehrschluss, heute gibt es keinen Test. Das heißt, wir schlagen jetzt hier einen Tag lang irgendwo tot und gehen dann morgen und holen uns den Test. Und dann können wir übermorgen nach Georgien hoffentlich einreisen. Zum Osten hin grenzt die Schwarzmeerregion an Georgien. Gerade dieser Teil der Türkei ist sehr fruchtbar und begann für guten Tee, Honig und die Haselnussplantagen. Wir können es kaum erwarten, nach Georgien zu fahren. Dort soll es ähnlich grün sein. Und die Berge noch gewaltiger. Aber um über die Grenze zu kommen, müssen wir vorher einen PCR-Test machen. Das Krankenhaus hat heute allerdings zu. Trifft sich eigentlich ganz gut, dass wir eine Einladung bekommen haben. Murat haben wir über Wormschauers kennengelernt. Er wohnt hier direkt am Meer. Wir sind bei Murat angekommen. Der lebt hier schon seit 10 Jahren in seinem kleinen Häuschen. Hat auch eine eigene Dusche, Toilette. Total süß hier eingerechnet. Und wir gehen jetzt ins Meer schwimmen. In das Schwarze Meer. Karadenis. Der Dani ist schon drin. Murat hat sich über die Zeit sein ganz eigenes kleines Reich geschaffen. Weil er so nah an der Grenze zu Georgien wohnt, ist er bei Reisenden bekannt wie ein bunter Hund. Murat lädt viele Reisende über Wormschauers oder Couchsurfing zu sich ein. Auch wenn er jemanden zufällig auf der Straße entdeckt, wird er sofort hergewunken und auf einen Tee eingeladen. Viele Reisende verewigen sich dann auf den Wänden seiner Hütte. Murat freut das. Früher ist er sehr gerne selber gereist. Nun kommt die Welt zu ihm. Der Murat macht jetzt Abendessen für uns. Organic Rea. Selber gemachte Butter. Dann Kokoretsch. Ich glaube das war Innerei vom Schaf. Ich weiß nicht, ich habe es noch nie gegessen. Aufbruchstag. Wir verlassen hier das kleine Paradies von Murat und fahren auf Richtung Georgien. Wir haben eine Info gekriegt und zwar muss man vielleicht gar nicht zum Hopper State Hospital, sondern in Adhavi. Hier gleich ums Eck. Da hat Murat gesagt, da geht es auch. Da geht es vielleicht sogar am selben Tag und alles viel schneller, weil da viel weniger los ist. Was beim Besuch bei Murat natürlich auf jeden Fall nicht fehlen darf, ist, dass man sich an seiner Wand verewigt. Also an einem seiner vier Wände. Und in seinem Buch. Das habt ihr schon gesehen. Und zwar allerlei Reisende aus aller Welt haben in den letzten Jahren hier, ich glaube der erste Eintrag war 2018, hier so eine Tafel voll gemacht. Und das reicht von normaler Schrift bis hin zu irgendwelchen chinesischen Schriftzeichen, aber auch Gemälde. Auf der anderen Seite sind kleine Gemälde. Ich glaube ich weiß, was er vorhat. Er hat jetzt hier zwei Krebsscheren rausgetan. Und er hat so einen zwei Komponenten-Kleber, den habe ich auch erst hier in der Türkei zum ersten Mal gesehen. Das ist ein Kleber. Du tust erst den Kleber hin, der klebt aber gar nicht und dann sprühst du mit dem Spray drauf und dann wird der Bomben fest. Damit habe ich mal meine Flipflops in einer Episode gefixt, vielleicht habt ihr das gesehen. Und ich glaube jetzt macht er die Anhängerliste da rein, was man daraus eine Halskette machen kann. Richtig cool. Was hat unser super Murat gebastelt? Tada! Was sollt ihr euch das ahnen? Das sind Krebsscheren. Da hat er jetzt den Kleber reingetan mit einer Sicherheitsnadel, die mehrfach da verankert. Obendrauf ein bisschen Nagellack, damit der Kleber halt überdeckt ist. Und ja, die Kette daraus gebastelt. Super cool. Vielen herzlichen Dank Murat. Wir haben vorhin zu ihm gesagt, er travelt hier mit uns nach der Abbahn. Jetzt travelt er hier und hier mit uns nach der Abbahn. Murat macht jetzt noch ein Video für sein Archiv mit seinen ganzen Radlern, die er hier immer abfängt an dem Highway. Also, super lieb. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Als nächstes heißt es nun für uns ab ins Krankenhaus und einen PCR-Test machen. Doch irgendwie läuft hier alles gar nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und Danielseiten haben sie verschlampt. Der musste jetzt gerade nochmal machen. Bekommen wir unser Testergebnis überhaupt und dürfen wir rein nach Georgien? Sei gespannt, wie es weitergeht für uns. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Beim größten Abenteuer unseres Lebens. Kommentiere und like gerne dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Und dann vielleicht bis bald in Georgien. Und dann will ich noch ein Video mal ein bisschen investieren. Also wenn es mir fehlt, bin ich das Video mal. Bis bald. Bis bald. Bis bald! Untertitelung. BR 2018